hey freunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge angespielt heute des steam spiels war party was wieder auf meiner liste gewesen ist wo man wo ich war eigentlich ein let's play draus machen wollte vor x jahren ist aber noch nicht getan habe und jetzt erst mal angespielt raus machen zu schauen okay es ist vielleicht immer noch so gut das ist einfach völlig kacke save games okay ich habe ja schon profil da kannte wir machen mal es scheint ein taktisches game zu sein du kannst nämlich kampagne machen einen skirmisch also normalen es hat können sie den ganz hat die botspielen so weil wir machen das tutorial und ich hätte vielleicht mal gucken können ob ich es dann auf deutsch übersetzen kann game black ich will ganz kurz noch mal surrender was ist die ja na das ist doch einfach schon mal viel entspannter wir machen eine anleitung das ist trotzdem noch englisch sei gegrüßt haben wir die jagtgesellschaft gesellschaft aus dem wege sind enorm wir haben vier nahe kämpfe einen bogenschützen und links hat die uns im minimap kennen wir ja das ist ein ort gehege oder starke bestie töte den tritzer ab dass bei den toren oder so dass sie westliche lagertor mit michael aber da nix bären oder nahrung hat ein bisschen was von ein dörfler aus der siedlung aus ein dörfler ein dorfbewohner hier haben wir kristalle und hier haben wir bären die wir aber ernten können das habe ich ein bisschen an tiberium wohnen kommen wir in den kongern nutzer der neun um 25 kristall zusammen mit den dörfler sehen das hier doch bewohner dann sammelt mal bitte die kristalle für michwerken dieses haus nutzen um mehr dörfler aus über unsere siedlung zu erweitern zehn kristall kriege ich jedes mal wenn sie abernten zwei wichtige ressourcen dann sind wir hier baubefehle eine farm es aber fühlt sich sehr sehr kantig an das spiel sehr sehr kantig um ein bauern zu bauen sollte ein dörfler aus ja, hab ich gemacht bilde zwei dörfler aus bauern noch ein bauernhof bauernhaus achso die können da drin farmen ah ok dafür brauchen wir keine bären sondern wir kriegen dadurch nahrung ne ein haus auch noch ein bauernhof hier bitte sehr hause sind effizient aber sie können nur ein total von 120 bauern hoch haus das ist ein haus bauen um diese ganze überschreibung zu dann können nur vier siedlung errichtet werden ne im haus kann maximal 120 leute dann beinhalten und wenn wir so viele häuser bauen naja um sind da 14 von 20 bevölkerung 14 von 30 an der kaserne und danach gibt es eine medikus hütte ich glaube mal die kristalle können wir ganz kurz mal lassen noch zwei ausbauen kling 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 kommen auch hier gleich sagen okay ab an die kristalle mit dir 350 von 53 also wirklich hier ist dann nenn ich nach und wir können maximal drei leute da reinpacken zack wenn wir noch zeitaufwohner reinpacken in der kassette gibt es eine neue einheit neue krieger ok wir sollen nur einen ausbilden und einen mediziner und mit dem können wir wahrscheinlich heilen mhm strahlt eine heil auf fünf gesundheit pro sekunde aus die hütte ein talent die große jagd eine 35 extra schaden gegen verdienen aus kasselsus 10 prozent günstiger oder mythische heilung wo ich keine ahnung habe was das macht ja gehst du bitte weg damit ich lesen kann was das macht dann mach hat das ist verbessert dann sie auf die nächste stufe siedlungsverbesserung verbessert links mit der schadenpanzung deine siedlung schalten über die fernfertigkeiten frei bauen noch eine kaserne und baue eine lagerhütte die netz ablagepunkt für ressourcen ist das sinnvoller das dann dahin zu machen dieser prozess dauert einen Zeitpunkt in der meantime bilde andere barracks damit wir die truppe schneller trainieren mhm bereit und bereit ähm ähm müssten sie jetzt nicht eigentlich nur dahin laufen das hat man aber genau das hat man gemacht einfach damit sie den keinen so langen weg haben bau einen stall und so meine einheiten jedes mal ich kein neues dann hat jedes mal wenn ich aufsteige alle anderen gebäude halten plus fünf ach da habe ich den herr der westen halt ist mir voll auf die nerven hier oben bauen wir zuerst einen stall okay bräuchte auch vielleicht noch ein häuschen du brauchst mein kleines häuschen überhaupt nicht hübsch das der 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 das der Wir müssen ja im Moment hier unten hin, das heißt dann, ah, da steht ja ein Knochenmeister. Sieht schön aus, aber... Gefällt mir nicht so, nicht so sehr, muss ich sagen. Wir sind wieder in die Arbeit hier. Und sobald sie Feuerwaffen haben, sind sie ultrastark. So, Medikos, alle bereit? Los geht's. Mika. Typgruppieren. Mika. Hast du da vorne gekriegt? Open the gates, los geht's. Schlachtet sie alle nieder. So, dass der Medikos ganz vorne steht. Sehr clever. Bam, bam, bam. Ich frage jetzt wahrscheinlich auch dafür da, einfach mal die Gebäude einzureißen. Ohne Probleme. In den Schrein ein. Uh, Trizaraptors wieder. Bei Medikos ist es irgendwo hier hinten, ne? Was ist das da eigentlich? Ich hab' sogar zwei. Interessant. Und wir haben diese Fleischkeulen. Oh, ist das schon. Das wartet schon. Solange einer auf dem eingenommen Schreiben verbleibt, kann er nicht zu einem anderen Besitzer übergehen. Okay. Ein T-Rex. Bedeutet einer hat null. Fleisch. Mom, 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 mom. We can also have our villagers built going totems to generate more points. Although they're less efficient than the Shrine. We must move. We can also have our villagers built going totems to generate more points. Chieftain, use your powers to help us defeat it. Was denn da eigentlich? Wir sind schon lange fertig. Nur mal so. Als Info. Ich wäre ganz gerne hier lang gegangen. Geht das überhaupt? Ne, geht gar nicht. Sind wir da hier? Ich denke, hier wird das ein Tor sein. Dann bleiben wir hier. Kräfte, mit denen du zählst. Du zählst uns per klick. Man denkt nach einem Ort, das ist ja. Logo. War ich mega oder was? Und wenn eine Kraft. Ich habe hier nicht zugehört, ne? Ach, wie in der Schule, ja. Ach, hier hast du eine Kraft. Ein Meteor. Das kann ich grundsätzlich mal. Da brauche ich keine Dings für. Ich brauche dafür wahrscheinlich hier oben die Energie, die Kraft. Meteor. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Du bist die Kriegspartei in einem Schirrmisch. 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 Naja, erstmal. Pfff. Muss nicht sein. Nicht jetzt. Ja. Einzelspieler gibt es auch. Kampagnen kann man hier starten. Die Wildländer, die Vitara oder Necromask-Kampagne. Zau mir anscheinend in der Nähe von Cha, wenn einer seine Einheit und eine Kinder tötet. Ach, sonst sind die Helden. Wieder eine Fraktion. Wahrscheinlich. War das keine extra Kampagne? Kampagnen Necromask? Doch, ne? Schon. Ja. Okay. Doch, drei Kampagnen. Sehr cool. Skirmisch ist halt normal. Kampf gegen die KI. Überlebensmodus. Muss anscheinend einfach gegen die überleben. Alles klar. Wikipedia. Und gespeicherte Spieler. Okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's gewesen. Angespielt zu Warparty ist ein ähnliches Spiel wie Warcraft, Empire Earth, Age of Empires und eine Mischung aus allem. Aber... Überzeugt mich nicht. Mich zumindest nicht. Bin aber auch nicht so ein Fan, der die Warcraft-Kampagne durchgespielt hat. Ich habe ja jetzt geguckt bei meinem Bruder, statt sie selber zu spielen. Was ich einfach ein bisschen interessanter fand. Deswegen ist das Spiel leider auch nichts für mich. Ich danke fürs Zusehen, meine Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von angespielt. Das war's gewesen. Warparty. Ein Spiel auf Steam. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.